Herzlich Willkommen zu Strichsongs Genau, Zocker Ja, Zocker, so ein Scherz Heute Let's Playen wir Minecraft Let's betteln wir Minecraft, ne, let's playen wir Ach egal, scheiß drauf Ja, also, ähm Was kann das H bedeuten? Schreibt's jetzt in die Kommentare Helden und Erstens eigener Minecraft Was? Warum? Ja, weil die Erstens in die Kommentare schreiben sollten Und es ist natürlich Strich Muss es uns eigener Stehen Ja 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 Ich mach mal kurz was Also, wenn ihr wollt könnt ihr Eine eigene Map erstellen Und sie uns dann schicken Hm Oh, das sehe ich ja Das muss so normalen Text So, keine Ahnung Warum hab ich Englisch? So, heute starten wir mal wieder Minecraft Und jetzt lasst diese Dude Sachen Denn Wir Versuchen jetzt In diesen Diese Welt Ein Leben zu führen Bau zuerst einen Supermarkt Dass wir essen können Ne, ne Bau ich erst mal unser Haus Kannst nicht cheaten Was, ne? Wie so? Ich bin Minecraft Ja und? Kann man nicht cheaten Cheaten, dass du alle Blöcke hast Ich hab kaputt Mhm Kann man nicht cheaten Ich will nicht cheaten Cheater Ja Es dauert zu lang, Junge Ne, wir machen Ein Part und ein Block gelegt Für unserem Haus, gell? Ja Ja, klar Dreh mal ein bisschen Wir werden euch noch zeigen, wie man Skins baut Und was? Wir schreiben in die Beschreibung, wo man Skins baut Oh, jetzt tweet einfach Nö Okay, dann mach ich Pause Also schneid und dann Na, da unten ist was Na, kommt Oh, da errichten wir unsere Heimat Ja, guck mal, kommen wir hoch Ja, das ist blöd Noch überlegen Fürchte Leiter, wenn du cheatest Ich cheat nicht, gern Bleib schnell Leute, wir haben gerade die Helligkeit ein bisschen angestellt worden, sonst sieht man nicht so gut Jetzt haben wir sozusagen mit Taschenraumversorgung immer Und da liegen auch ein paar Farben Basta ist ein Monster So? Ja Hörst du es nicht? Boah, boah Boah Wow Hörst du mal hinter dir? Wir spielen natürlich wieder blind Wir spielen ja nicht mal Abenteuer, schlau Ja Wenn die uns eine Map schicken, spielen wir blind Naja Ey, wir schießen nicht ab Geh Geh nach oben Boah Boah Cheete Jetzt schießt die Schießt die Wow Eine Spinne Oder was weiß ich was es ist Hahahaha Hinter Ah, da ist noch was Eine Ratte Ist ein Ratten Geh hoch, hier ist es doch viel zu gefährlich Bin es doch Dynamit Oh mein Auto fliegt Oh mein Auto fliegt Ah Hau auf Unser Strich hältst du Aber ich mach einfach, dass ich verschwinden Ach, geil, wir sollen schon mal Selber Na jetzt geh hoch Ja, jetzt geh hoch Cheaten Und dann mach Aber du machst die wieder an Wie komm ich da hoch? Was ist das langweilig? Entschuldigung Fliege, cheate Ne Oh mein, cheate doch einfach Ich probier's da nach hinten zu springen Mit Idee Aaaaaaah Ich tötete Mufasa Aber er ist nicht gestorben Du bist runtergesprungen, aber hast du es nicht geschafft Eigentlich tötete, äh, ihr dann nicht muss Mufasa Mufasa tötete, der an sich selbst Weil, mehr ist gerade Mufasa, also unterstricheltes Mufasa Was, ne Ach, scheiße Enger Bin ich nicht Alter, einfach deine Fris Jetzt komm Ich überlehe in der Lava Cheate Ne Jesus Hier guck schon Erde Und Wir kommen gleich frei Ich bin irgendwo Ja, ich hab's Power aus Wie, ich hab keine Ahnung Außer der Elemente Ja Cheate Ne Ich bin kein Cheater Ich will über die Lava jetzt gehen Cheaten ist für dich ok, du bist doch kein erfahrener Spieler also Äh, ja, und es ist ein Spielchen im Morgen Ja, und dann will das das Holz auch noch für so'n Dreck Ah, dann stirbt's auch noch Und das ist richtig jetzt tot Cheate einfach Junge Cheate jetzt Ne Cheate Oh, ist Leck 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 Ok Leck 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 Ok Frag Hey, wann er die Videos so klar Die Videos werden zufällig hochgeladen Ja, das steht doch in der Info Ja, das steht doch nicht Ja, aber Strich hellen schon Ich brauch' Fleisch Leck Du brauchst Cheats Ich Leck 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 Mein Leck 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 Ge Leck Halt die Fresse. Halt die Rasse gerade in der Außen, du. Oh, was diese Kackmusik. Halt einfach deine fette Fresse. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schwöre. Echt. Alter, wir sind hier zu. Schrei nicht so. Halt deinen Maul. Und mach einfach dein Ding hier und baue ein Scheißhaus. Halt bloß deine Fresse. Halt voll hoch. Ich hau dir gleich einer auf die Fresse. Ich schwöre. Wir müssen kurz schneiden. Verschlagen. Wie spielt man das? Armee, komm! Ein Dreckspiel. Was ist denn das? Na ja. Hau runter! Das war so ein Pferd. Hey, man kann der Kuh sprengen. Die sind gestorben. Hey, Junge, hast du nichts zu tun? Riecht da einfach unser Scheißhaus. Nee. in den Beispiel an mich. Ich schwöre, bei Petravis habe ich so viel für Strich gemacht und du... Unsere Sitzböhrchen. Ja, das ist fertig. Tja, wir beenden jetzt bald auch schon den Parts. Wegen mir. Ne, Junge, geht es auch mal schon... Was tust du? Er war nicht am Haus und du machst ja irgendwas ein Dynamit. Na ja, mach ich. Was ist denn ein Problem? Hast du da ein Problem? Ja, im Ernst, ich hab ein Problem. Im Ernst. Ja, mit deinem... Mit deiner Hut. Halt deine Gammelfresse. Ey, die Kühe fliegen auch da unten vor uns. Das war's. Nicht mit diesen Parts. Denn, Millie muss hier noch seine Dynamitschau machen. Ach, explodier doch wie ein Dynamit. Junge, mach doch einfach. Was? Mach doch einfach. Mach hier nicht tausend Dynamitsstangen, mach einfach unser. Scheiß. Scheiß. Ja, und, falls ihr jetzt genutzt. Ah, das ist jetzt erschwert. Mach es ein Scheiß, hau. Hab doch mal Spaß, man. Ja. Das macht sogar keinen Bock. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kann nur kein Dynamit explodieren. Soll ich sie beweisen? Ja, hier vielleicht. Oh, das ist ein Händler. Sondern müsste auch irgendwie auch explodieren. Ja. Nee. Junge. Wuhu. Also, es gibt nen Trick. Vielleicht nen Hausbau. Nein. Aber nicht im Kreativ. Wegen die hab ich's nicht geschafft. Oh, deine Fresse und Macht. Juhu. Ja, und weiter. Ist das schon alles, was da kann? Ja. Ja, dann mach ein Scheiß. Oh, was? Boah, aber ich find kein Schildplatz. Ah, ja. Da ist doch ein schöner Platz. Ja, auf der Wolke. Eigentlich hab ich nicht die Wolke gemacht. Aber egal, die geht auch. Sie fliegt ja durch die Wolke. Nein, Wolken. Sie ist so unrealistisch. Sie ist so unrealistisch. Sie ist so unrealistisch. Sie ist so unrealistisch. Mach mal, dass man uns dran strichelt sieht. So, beenden wir den Part. Wuhuuu. Nee, nee, wir haben noch ein paar Minuten. Oh, musst du hier reingehen. Hast du überhaupt Monster an? Ja, mach. Sei hier nicht so ein Loser. Junge, geh nicht ganz von der Wehe. Ja, nee. Schau, es ist immer dunkel. Ey, bitte. Äh, das war aber. Uuuu. Ich hasse dich. Ich kann nicht sterben. Ich hasse dich wirklich. Danke. warte ich probier mal jetzt muss ich so machen jetzt muss ich noch so was machen gering nie gering kannst du nicht einfach nie mach doch einfach einen scheißhase nicht mehr sichtweite ich hoffe soo da wird irgendwo bleib lieber stehen der Part ist jetzt gleich zu Ende so leute das war's jetzt langsam mit den Puppen wieso hast du unten keine Items ich bin nur gestorben ok ok das war's dann mit diesem Part und schön deine Kuh das ist nicht gefallen oh mein Gott was der hätte mal grad hier so klein ich hab hier Menschen laufen gesehen ok tschüss ja jetzt das wenn das was in diesem Part und dann sagen wir das nächsten Part schocken strich zocker ja das guck dir kann und ja und wir haben unten in der Beschreibung auch noch so ein Link wo ihr dann den Strich hält wo wir schaffen also die ja die Person in den Zeilen können dann auf Wiedersehen ja blablabla Geld in der so ne 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 ne